HR2 Kultur zum Nachhören. Wissenswert. Oktober 2013. Der US Supreme Court prüft den Fall Mercedes-Benz Argentina. Es geht zunächst nur um die Zuständigkeit. Darf ein Gericht in Kalifornien ein Zivilverfahren gegen den deutschen Autobauer eröffnen? Trotzdem fühlt die Journalistin Gabi Weber so etwas wie Genugtuung. Dieses international bedeutsame Verfahren hat sie mit angestoßen. Es geht um Menschenrechtsverletzungen vor fast 40 Jahren während der Militärdiktatur in Argentinien. Mehr noch, es geht um den Vorwurf, Mitarbeiter des Daimler-Konzerns hätten unbequeme Betriebsräte an die Militärrunde ausgeliefert. 14 Betriebsräte sind seitdem verschwunden, vermutlich ermordet. 22 Angehörige der Verschwundenen haben 2004 in San Francisco eine Zivilklage eingereicht. Mit dem Argument, dass Daimler, damals noch Daimler-Chrysler, in Kalifornien nicht nur große Gewinne machen dürfe, sondern sich auch vor den dortigen Gerichten verantworten müsse. Selbst in Fällen wie der Ermordung der Mercedes-Gewerkschafter in Argentinien. Die Unternehmerlobby ist nicht untätig und argumentiert, dass die US-Justiz nicht zuständig sei. Erreichen aber die Hinterbliebenen der verschwundenen Betriebsräte von Mercedes-Benz ihr Ziel? Die Zulassung einer Zivilklage? Dann könnte ein multinationaler Konzern zur Rechenschaft gezogen werden. Und für die Journalistin Gabi Weber, die die Angehörigen über Jahre beraten hat, könnte endlich das wahr werden, was sie schon lange fordert. Die Öffnung der Firmenarchive. Als ich 1999 anfing, in der Frage der verschwundenen Betriebsräte zu recherchieren, wurde ich immer wieder abgewiesen. Hätte Daimler mir die Unterlagen zugänglich gemacht und sich bei den Opfern entschuldigt, dann wäre das Thema Mercedes-Benz Argentina vermutlich schon nach einigen Monaten zu den Akten gelegt worden. Doch Daimler, das mächtige Traditionsunternehmen, schaltete auf stur und mauerte. Und je selbstgerechter die Firma in Untertürkheim auftrat, desto mehr ärgerte ich mich. Ich beschloss, diese argentinische Niederlassung genauer unter die Lupe zu nehmen und stieß dabei auf bis dahin Unbekanntes. Der NS-Kriegsverbrecher Adolf Eichmann war bei Mercedes-Benz Argentina als Elektriker angestellt. Er hatte, wie viele andere geflüchtete Nazis, im Jahr 1959 eine Beschäftigung erhalten, nachdem die Beschlagnahmung des Unternehmens aufgehoben worden war. Fast vier Jahre lang hatte der Autobauer in Argentinien unter Zwangsverwaltung gestanden, weil er im großen Stil Nazi-Gelder gewaschen haben soll. Eine parlamentarische Untersuchungskommission und die Staatsanwaltschaft ermittelten damals. Bei der Justizverwaltung in Buenos Aires lachte man mich aus. 50 Jahre alte Akten, seitdem hatten die Militärs mehrfach geputscht, Bücher waren verbrannt und amtliche Unterlagen versteckt oder weggeworfen worden. Man wimmelte mich ab, denn man wollte sich nicht die Arbeit machen, nach diesen Unterlagen zu suchen. Nach meiner Erfahrung werden aber sensible Dokumente selten vernichtet, sondern gebunkert, um irgendwann auf sie zurückzugreifen, um sich einen Vorteil zu verschaffen oder andere zu erpressen. Aber wo? Irgendwo in Feuerland oder in einer Höhle in den Anden? Oder vielleicht dort, wo sie eigentlich hingehören? Ein Versuch ist es wert, dachte ich, und klingelte am Tor des Nationalarchivs. Die Akten aus den 50er Jahren über Mercedes-Benz? Der Portier schaute mich ungläubig an, schickte mich in den zweiten Stock, wo der Marte-Tee die Runde machte. Journalisten verirren sich so gut wie nie hierher und als erstes reichten mir die Archivare den Marte-Becher. Mercedes-Benz? Ja, da war diese berühmte Kommission. Ein Riesenskandal. Die Unterlagen? Die Archivchefin Elisabeth zuckte die Achseln, meinte aber, ich sollte nächste Woche wiederkommen. Das tat ich. Und diesmal bekam ich eine gute Nachricht. Die Papiere sollen im Keller einer privatisierten Bank sein. Elisabeth hat sich den Schlüssel besorgt, und wir gingen sofort los. Der Keller war bei der Privatisierung nicht mitverkauft worden, vermutlich, weil dort nur alte Möbel abgestellt waren. Doch kein Schlüssel passte. Zum Glück hatte die Archivchefin ein Brecheisen eingepackt. Gemeinsam stemmten wir das Schloss auf, und da lagen sie. Zerfledderte Akten der Staatsanwaltschaft zwischen Rassenkot und Spinnweben sowie die beschlagnahmten Unterlagen von Mercedes-Benz, darunter die schwarze Buchführung und der vertrauliche Schriftverkehr mit dem Mutterhaus in Stuttgart. Einiges war in Deutsch und wahrscheinlich nie übersetzt worden. Ich durfte, entschied Elisabeth, einige Wochen hier arbeiten, mit Handschuhen und Mundschutz. Ich machte mich also an die Arbeit. Mit den verschwundenen Betriebsräten der 70er Jahre kam ich zunächst nicht weiter. Meine Recherchen, den Justizbehörden in Deutschland und Argentinien vorgetragen, stockten. Denn Behörden arbeiten sehr, sehr langsam oder gar nicht. Also beschloss ich nun, die Nachkriegszeit der Konzerntochter in Argentinien näher zu beleuchten. Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Recht, Informationen und Ideen mit allen Verständigungsmitteln ohne Rücksicht auf Grenzen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Heißt es in Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und die Verfassungen fast aller Staaten auf dieser Welt haben dieses hehre Ziel in ihre Grundgesetze übernommen. Auch die Bundesrepublik. Und es hört sich ja auch so schön an. Ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen suchen. Aber die Realität ist eine andere. Wer ohne Rücksicht auf Grenzen nach Informationen sucht, ist in manchen Ländern wie etwa in Mexiko seines Lebens nicht sicher. Nur in wenigen Staaten kann man mit investigativen Journalismus seinen Lebensunterhalt verdienen. In Deutschland eher nicht. Das Freedom of Information Act, das US-Informationsfreiheitsgesetz, sei das Beste der Welt, heißt es. Auf dieser Rechtsgrundlage musste die CIA ihre Dirty Tricks offenlegen. Und alles, was mit Naziverbrechen zu tun hat, muss auf den Tisch, heißt es in einem später verabschiedeten Gesetz. Und in der Bundesrepublik? Ein Informationsfreiheitsgesetz trat bei uns erst 2006 in Kraft und nahm die Geheimdienste von der Offenlegung aus. Peter Schaar, der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit von 2003 bis 2013. Die deutsche Verwaltung beruht auf der Tradition des Amtsgeheimnisses. Und das bedeutet, dass Verwaltungstätigkeit erst mal hinter verschlossenen Türen stattfindet. Deutschland war eines der letzten Länder, das ein Informationsfreiheitsgesetz verabschiedet hat auf Bundesebene. Es gewährt diesen Auskunftsanspruch grundsätzlich, und zwar völlig unabhängig von der Frage der persönlichen Betroffenheit. Früher hieß Schaars Amt lediglich der Datenschutzbeauftragte. Dann hat man den Zusatz Informationsfreiheit angehängt, so als meine man es ernst mit der Transparenz. Aber die Behörden lehnen es oft genug und ohne Angabe überzeugende Argumente ab, Dokumente offen zu legen, bestätigt Peter Schaar. Und leider entscheiden sie selbst, nicht eine unabhängige Stelle. Nach dem Motto, wer den Stempel hat, hat die Macht, versehen sie ein Dokument mit dem Stempel geheim, und das reicht aus. Gerne verstecke man sich hinter vermeintlichen Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Manchmal werde sogar ein Regierungsgeheimnis erfunden. In Argentinien gibt es bis heute kein Informationsfreiheitsgesetz. Beamte nehmen ihre Akten, wenn sie aus dem Amt scheiden, gerne mit nach Hause. Und die Minister geben zwar Pressekonferenzen, lassen sich dort aber nicht befragen. Es könnte ja sein, dass jemand eine kritische Frage stellt. Wer keine Brechstange hat, kommt an brisante Dokumente allenfalls mit einem Koffer voller Geld heran. In Deutschland ist das anders, theoretisch zumindest. Da müssen, laut Bundesarchivgesetz, die Ämter spätestens nach 30 Jahren ihre Unterlagen dem Bundesarchiv überstellen, wo sie allen Forschern zur Verfügung stehen. Die Praxis sieht durchaus anders aus, habe ich gemerkt. Brisantes Material wird in privaten Stiftungen und Instituten gebunkert. So etwa die Akten von Hans Glopke, Kommentator der Nürnberger Rassengesetze, Ministerialdirigent in Hitlers Reichsinnenministerium und von 1953 bis 1963 Chef im Bundeskanzleramt unter Adenauer. Im Zusammenhang mit der Eichmann-Recherche forschte ich nach diesen Papieren. Sie sind bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und nicht im Bundesarchiv, wo sie eigentlich hingehören. Der Präsident des Bundesarchivs schrieb mir dazu, dass man gegen diese Privatisierung leider nichts unternehmen könne. Das wollte ich genauer wissen und reichte vor dem Verwaltungsgericht Koblenz Klage wegen Untätigkeit ein. Doch die Richter hatten an dem Vorgehen der Adenauer-Stiftung nichts auszusetzen. Habe ich da irgendwas falsch verstanden? Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationen und Ideen mit allen Verständigungsmitteln, ohne Rücksicht auf Grenzen, zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Ich recherchierte also weiter zu Eichmann. Auch der BND wusste von Eichmanns Aufenthaltsort Argentinien schon 1958. Ich schrieb einen Brief an den Bundesnachrichtendienst und bat um Einsicht in ihre Akten. Der BND muss sich über meine Bitte amüsiert haben und schrieb selbstsicher und zu meiner großen Überraschung zurück, dass man über 4.500 Seiten verfüge. Aber... Aus dem Informationsfreiheitsgesetz ergibt sich kein Anspruch auf Einsichtnahme. Die sie interessierenden Themenkomplexe sind als Verschlusssachen eingestuft. Die Akten sind über 50 Jahre alt. Es gilt also das Bundesarchivgesetz. Und so reichte ich Klage gegen den BND ein. Das Bundesverwaltungsgericht gab mir weitgehend Recht und erklärte die Sperrerklärungen des Bundeskanzleramtes, der übergeordneten Behörde, zweimal als rechtswidrig. Ich erhielt die Akten. Aber zum Teil so schlecht kopiert, dass sie unleserlich waren. Und 100 Blatt darf das Bundeskanzleramt weiterhin der Öffentlichkeit vorenthalten. Auch in US-Archiven suchte ich. Man habe alle Eichmann-Akten ans US-Bundesarchiv abgegeben, teilte mir die CIA mit. Doch als ich später durch andere Bibliotheken auf CIA-Dokumente zu Eichmann gestoßen bin und Einsicht in diese Dokumente, von denen ich das Datum und das Aktenzeichen kannte, beantragt hatte, beschied man bei der CIA, dass man sie nicht herausgeben wolle. Begründung? Eine Offenlegung würde Quellen und Methoden gefährden. Ich beschloss dazu, die Akten des Nationalen Sicherheitsrates und des Weißen Hauses vom Mai 1960 einzusehen. Doch diesmal erwartete mich in Washington eine Überraschung. Obwohl ich ein gültiges Visum hatte, wurde ich nach der Gepäckausgabe aus der Schlange gefischt und stundenlang verhört. Die Unterlagen aus meinem Handgepäck wurden fotokopiert. Man setzte mich ins nächste Flugzeug nach Deutschland, schrieb in meinen Pass, gut sichtbar für alle Grenzbeamten, das Wort refused und verhängte ein unbegrenztes Einreiseverbot. Ohne weitere Begründung. Gegen die Entscheidung der CIA, ihre Unterlagen zu Eichmann zu verweigern, kann ich die US-Gerichte anrufen. Das ist teuer und dauert viele Jahre. Gegen mein Einreiseverbot kann ich wenig machen, denn ein Ausländer hat kein juristisch durchsetzbares Recht auf Einreise. Ich hoffe aber, zur Verhandlung um die während der Militärdiktatur verschwundenen Betriebsräte nach San Francisco reisen zu dürfen, vorausgesetzt, das Supreme Court lässt das Verfahren zu. Der Vorsitzende Richter John Roberts hatte bei der Anhörung im Oktober festgestellt, In unserer Verfassung steht nichts davon, dass es einem Bundesstaat verboten ist, das Mutterhaus für Taten seines ausländischen Tochterunternehmens verantwortlich zu machen. Bei dem Verfahren vor US-Gerichten geht es jetzt um das, was ich mit meinen Recherchen anstoßen konnte und was die Daimler AG partout vertuschen will. Wie und warum ihre Betriebsräte ermordet wurden. Meine Klage gegen das Bundesarchiv auf Bereitstellung der Akten zum Nazifunktionär Hans Klopke liegt beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Verliere ich dort, gehe ich nach Straßburg. Vielleicht müssen die europäischen Verfassungsrichter dem Bundeskanzleramt mal erklären, was Meinungs- und Informationsfreiheit ist. Wenn ich dort verliere, ja, was dann? Drei Stunden?